ja leute herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen video auf meinem wunderschönen erstkanal ich hoffe euch geht's gut mir geht's gut heute geht es mal wieder in eine wunderschöne folge von clash of clans rein es freut mich wirklich dass euch das projekt zum geistesgang gut gefällt denn ich habe auch jedes mal wieder bock in clash of clans mit euch rein zu gehen natürlich was zu machen und vor allem abzubringen wie wir es jetzt auch machen können wir haben heute ein bisschen was mit dem plan denn ich brauche euch zuschauer die ich gerne in den klaren drücken extrem schlecht ist einer davon wo ich mich erst mal noch ganz kurz bedanken will an ihn denn wir versuchen hat wieder ein bisschen aufbaut ein bisschen den club aufzubauen leidest große problem dass ich noch nicht der club anführer bin weil das merlin ist dann muss ich mich vielleicht auch mal ein bisschen mit merlin zusammenschließen also falls man das video sieht gehen wir endlich mal anführe wieder dank denn das bräuchte ist ja ich würde mich wieder verdrehen gehen ja dann würden wir auch wieder klubangriffe und zu machen dann würden wir den ersten kleinkrieg auf dem pc machen da wäre ich auch sehr leid drauf wir haben zusätzlich natürlich noch andere sachen vor ich will heute noch ein bisschen in die nachtbasis reingehen wir vergrähen wir auch noch ab damit haben erstmal wieder ein bisschen was am laufen ja damit ist das dorf schon fast fertig gehen hier nochmal wollen wir hier in eingriff gehen oder wollen wir eine komplette nacht ich weiß es gar nicht wie gesagt club gerne reinkommen wir versuchen alles mögliche damit das ding hier wieder aufgebaut wird wir brauchen vor allem sachen für die klaren statt also falls ihr da noch ein bisschen bock habt würde ich mich sehr darüber freuen klaren bock ist noch voll und ja da schon an dieser stelle aber direkt ins nachtdorf und versuchen ja noch ein bisschen was zu schaffen denn hier sieht es nicht so gut aus hier fehlt uns einiges können wir noch ein bisschen abgeräten und so damit geht es meinen angriff rein hier wird das ist interessant wenn ich das hier frei räume ich komme mit lakain reingehen muss er das machen kann ich erst mal ein bisschen aufladen perfekt leider geht er nicht da lang auch so ein bisschen schade finde du gott das er denn schon wird jetzt das weg und da ist noch der tesla nein das habe ich nicht bedacht es auf tesla gibt gar nicht gut ja sollten definitiv sein sollte noch einiges bekommen 80 prozent sind drin und zwei sternen 80 prozent werden es doch anscheinend ne 70 okay bin ich aber auch zufrieden mit tatsächlich denn das ist eventuell ein sieg sehr sehr gut und noch mal drei stunden haben zwar zwei tesla wegen aber wir haben dafür erstmal ein bisschen upgrade okay interessant 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 ja was soll ich da machen bleibt ja fast nichts anderes übrig als hier zwei hinzusetzen da zwei hinzusetzen da zwei hinzusetzen eben hier hinzuschicken hätte ich halt noch mehr truppen so wie die anderen so jetzt zieht er sich einmal hoch machen wir mal ein paar meter und zieht euch ok alle tesla sind weg oder damit haben wir 100 prozent ja wichtig ganz ganz wichtig das ist sehr gut ne das erste mal 100 prozent im nachtdorf wichtig ganz ganz wichtig ich weiß gar nicht gehen wir dann direkt ins neue dorf oder wie sieht das aus wir haben sogar noch einige lakaien ja dann gehen wir dann hier hin ah und hier haben wir dann nochmal die lakaien die wir einsetzen können ok und hier können wir nochmal kommen mit neuer sachen einsetzen dann setze ich doch hier und dann habe ich 200 prozent ja also von irgendwo kommt nochmal ein tesla den ich aber nicht unbedingt erwarte aber der ist jetzt auch damit haben wir 200 prozent ja ja das ist wirklich geil nicht erwartet das ist also dem die peter und sechs sterne nochmal einiges am plus im tesla geht es ganz gut dann machen wir nochmal einen angriff wir rein was place und ich weiß es nicht eine riesen kanone irgendwie hoch aber hat gefühlt nicht stehen das ist normal wir müssen die das hier zerstören hier müssen wir zerstören was sollte ich glaube ich hinkriegen dann gucken wir mal genau das kriegen wir hin okay dann muss ich noch warten bis er das kaputt gemacht hat wo steht der andere tester wenn es nur einen gibt so rest hier drauf hier erstmal chill ich den bogenturm gleich kaputt machen damit sieht es ganz gut aus jetzt ja damit habe ich noch ein cool life okay das könnte nochmal vielleicht 200 haben jetzt läuft es gerade auf einmal das ist wir bekommen eine zusatzeten das ist doch 계속 kann was soll ich dazu sagen ich meine man auch noch ein paar prozenten also sicherheit So, dass wir vielleicht noch einen Stern haben, die er dann mal in der Form haben. Was sind Schmerzen? Okay. Okay. Er haut da noch mal ordentlich was weg, ne? Und jetzt war es das. Wohl? Ist das ein Macher? Der hat so gut weggehauen, ne? Der ist gut. 167. Der Angriff war gut. Danke. Bitte? Sieg! Einen Angriff müssen wir noch machen. Dann haben wir es. No. Ein Stern irgendwie wollen. Also irgendwie halt zumindest. Reicht eigentlich alles Mögliche. Wie wir hier ganz genau weiterkommen sollen weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß wenn wir die Seite haben wollen, dass wir ein bisschen was machen müssen. So. Können wir hier noch eins hin und hier. Hier können wir vielleicht warten? Geht nicht. Ja. Einstärken knapp. Einstärken knapp. Aber? Zeig es mir. Ach du Gott. Der hat sie das ja komplett. fällt. Hätte da auch Tipps. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr sehr cool. Ich würde mich auch sehr sehr. Kann ja zu proben. vorher doch gar nicht so basiert. Ich habe gewonnen oder? habe ich jetzt auch gewonnen ich habe gewonnen also die letzten dinge habe ich gut passiert wenn ich so glaube ich ein bisschen höher gekommen oder so damit kann man dann noch mal nach texte verbessern damit sind wir fertig mit dem heutigen ziel der folge er lasst gerne auch ein abo neigt aber das erfreuen danke für den support vor allem auch die kleine plans videos allgemein super sei games und damit